Und Willkommen zu einer weiteren Folge Shellshock Live. Oh, ich darf, ich muss erstmal die Sounds leise machen. Boah, danke. Ah, victoryvolumen, alles runterstellen. Ja, sollte so jetzt gehen, hoffe ich. So, das ist meine zweite Folge Shellshock Live. Ich habe, bei mir hat sich nicht gerade viel getan. Denk ich, nehme ich mal an. Also glaube ich, dass ich mal hier 100 gewonnen habe bei einem Daily Win Bonus. Jetzt ist das Spiel auch in 1080p und 60 Frames. Wir gehen in den Multiplayer. Außer ich von meinen Freunden. So, ich hoffe mal, als es... Moment. Okay, hier kann man kein Inventar... Falls der Sound zu laut ist, es tut mir leid. Ich rede einfach wenig, okay? Ja, das ist dann... Kann ich mich bewegen? Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Was für 26 Tonnies geht. Ja, stimmt. Nein, wieso ich? Och. Ich erschrecke hier erstmal, weil mein Controller anfängt zu... Ja. Ja, der vibriert dabei auch. Ja, der reagiert auf das Spiel. Wenn ich jetzt hier schieße, treffe ich wahrscheinlich das. Aber egal, ich möchte mal so eine Drohne haben. Komm. Feuer. Aber die Drohne, die macht den System. Oh. Meins war nicht mal so schlecht. Ich glaube, das hat den einmal gewertet. Ja, 32 Damage habe ich gemacht. Ja. Ich... Ich kann das Spiel. Und die Drohne habe ich auch noch mit benutzt. Jetzt weiß ich auch, was die Drohne macht. Falls es denn überhaupt eine Drohne da ist. Ich nehme es mal an. Wieso ich? Wieso ich? Ich lebe nicht mehr lange. Okay, ein Zweiten noch da. Was habe ich die überhaupt? Flower. Ja, Strike. Die Deadweight wäre ein bisschen langweilig. Flower. Ja, die haben mich auch attackiert mit der Flower. Ich hoffe, die soundsten nicht zu laut, was sie mit Sicherheit eh sind. Bumm. Und der hat auch ein Deadweight. Bruder, der hat ja alle getroffen. Ich bin so gut. Nicht. Cool guy. Ich werde mich mal bewegen. Ja. Aber der hat ja auch nicht mehr weiter. Ey. Ohne Blume. Was ist das? Nach Regen. Ich würde gerade sagen, macht eh nicht viel Damage, außer wenn es trifft. wird. Nehmen wir mal einen Erststreik. weg. Nein, ich kann mich nicht mehr bewegen. Da doch. Und abfeuern. Nein, die ist an der Kante abgeprallt. Ich bin bereit. Nooo. Perfekt. Technik. Wenn irgendjemand mit mir spielen will von den Zuschauern, ich bin dabei. Ich glaube, ich habe jetzt 32 Abonnenten. Ich habe da genug Zeit dazwischen. Ich guck mal. Ja, ich habe 32 Abonnenten. Das ist das Erste. Und zweitens. Ey, ich bin fast tot. Ich geh mal weg. Bringt mir zwar wahrscheinlich auch nichts, weil die die Richtung haben von dem. Aber ist mir egal. Mensch. Wenn ich Deadweight nehme. Einfach so mache. Dann geht es doch einfach auf den und ich habe dieses Paket noch. Nein, da war noch. Zu spät gesehen. Ich habe ein Ding ins Schank gekommen. Ach, Messer. Ich komme, ich gehe eh nicht zu denen. Ja. Ich bin dann mal weg. Weg. Weg vom Fenster. Oh, der hat auch noch doppelt. Ja, ich bin tot. Ja. Was willst du machen? Snake. Was ist das? Das ist was. Ja, ich bin tot. Das muss alles sein. Okay, ja, das ist tot. Ich bin tot. ein snake hat oder verfehlt ein 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 ich hätte noch ein zweites zahnrad haben können das hier ist schaden nehme ich an das hat glück ob du items bekommst glaube ich mal das ist halt rüstung und das ist halt dein tank easy ich zeig euch mal was ich für eine musik möchte wenn ich sie finde da wenn die waren r w w w w w w Ich liebe diese Musik. Ich. Ich. Checkerlaut. Ey. Ich. Checkerlaut. Wieso ich? Wieso ich? Ich. Oh. Aua. Das tut weh. Ich tritt so viel Damage. Meine Rüstung ist gleich mit einmal weg. Fast. Aber ich bin in einem Loch. Die miesen Schweine. Ja. Was soll ich machen? Pff. Junge. Heavy Roller. Die haben halt alles so viel AP. Aber knapp von der Zeit her. Oh nein, Alter. Helft mir doch. Lasst mich doch leben. Lasst mich doch bitte. Aua, 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 Aua. Ich meine, ich habe 5600 HP, aber die haben Level 80, 666, 82, 78, 93, 40, 40. Danke. Was erwarten die von mir? Weil ich bin Level 26. Ich bin Level 26. Ihr Clown, ich kriege eine Drohne ins Gesicht. Level 26. Ah, Boom, Bombe. Ja, danke. Ich bin in dem Loch. Komm her, du kriegst jetzt ein Messer an die Füße. Äh? Oh. Oh. No. Aua. Was ist das denn? Oh, die Bombs. Nee, die Dinger. Was ist das denn? In Ruhe. Ich war gerade so schön weit unten. Ich war doch gerade so schön weit oben, Alter. Lasst mich doch. Ich brauche mal neues Zeug. Dumm. Bitte treff. Oh, da ist blieb. Danke. Okay. Das war eigentlich nicht so gewollt. Neue Waffen. Oh, Sneak. Das ist geballt. In die V. Und noch einer. Diesmal weiß ich aber, wie kurz der ist. Was nehmen wir? Was nehmen wir als nächstes? Nehmen wir. One Bounce. Der trifft immer. Das mag ich nicht. Mega Feuerwerk. Danke. Scheiße. Ich dachte, das Ding wäre so... Oh. Gut, ich habe das mit einer anderen Waffe verwechselt. Die ich wahrscheinlich noch gar nicht habe. Und schon wieder bin ich in einem Loch. Und ich kann meinen Schenk doch nicht ausnutzen. Ich kann kurz... Do you want to go in the hole? Alles klar. Ich glaube, das macht auch Lack. Jetzt ziehe ich einfach irgendwas aus dem Himmel. Oh, Sneak, du lässt mich in Ruhe. Hast du es verstanden? Bitte treff auch. Da hin. Da rein. Ja. Oh yeah. Ja, ich habe mein Damage gemacht. Haha, 400. Ich hole dich ein. 530. 400. Aua. Au. Mich wundert es, dass ich noch lebe. Bitte. Das ist nicht dein scheiße Ernst, ey. Ich bitte noch mal um meine Bahn. Please let me live. Ich kann nicht so gut Englisch, okay? Ich schreibe es nochmal auf Deutsch. Bitte lasst nicht leben. Ich weiß nicht, ob die Last mit Doppel geschrieben wird. Ich kann auch kein Deutsch. Ich werde von 6 Leuten... Was, 5? 1, 2, 3, 4, nee. Von 6 Leuten in so ein Loch geballert. Was soll ich da groß... ...machen? Dann kriegst du jetzt einen Erstreik, Mann. Einen Erstreik. Eigentlich den anderen, aber du auch gerne mit. Danke. Du bist auch noch Deutsch. Ja. Okay. Das sind fast alle in diesem Game. Wie einfach jeder weiß, kann ich Idiot auf Englisch schreibe. Ähm, ja. Nee, Mini-V. Ihr seid in einem... ...YouTube. Oh. Schreiben kann ich. Mal sehen. Mal sehen. Ja, das nehm ich. Finger, komm. Macht mir die Ehre. Und die kriegen wieder ein Doppel-Damage. Doppel-Damage. Ins Gesicht. Ich hab jetzt aber fast genau getroffen. Das nehm ich. Backroller. Macht der... ...Wiff-Damage. Bis zu 17. Nein. 17. Boah, drei Jahre älter geschätzt. Ehre. Danke. Danke. Ich hab... ...Einen... ...Eine... Ich bin tot. Ich bin tot. Was mache ich? Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Eigentlich besteht die ganze Folge nur, dass ich mit irgendwelchen anderen schreibe, die ich nicht kenne. Ja, jetzt bin ich schuldig. Nein. Vorbeil. Alter, 1000 Damage. Ja. Das ist ja auch ein Tank-Upgrade. Oh, jang, jang. Nice. Danke. Oh, Alter, was habe ich alles verballert? Irgendwie hatten wir 20 Runden oder so. Gigi noch. Juggernaut. Diesmal bin ich es nicht. Ich treffe es auch eh nicht, aber ist mir egal. So treffe ich ganz bestimmt. Nein. Sorry. Ich wollte gerade drauf drücken. Ich wollte gerade drauf drücken. Der hat es ja wenigstens einfach. Der ist irgendwo oben auf dem Berg und kann jetzt in die Vorsicht genau abballern. Das Glück hatte ich nicht. Sag mal, heute wäre der Tag aber auch nicht, dass ich irgendwas reiße, oder? Kann das sein? Hat das dann? Danke. 25 Damage. Easy. Kaktus. Ich habe genau seine Flugbahn. Boop, 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 boop. Alter, ich finde die so krass. Der wurde gerade Runde 10 hoch versetzt und ist jetzt nur wegen dieser einen Waffe komplett unten. Okay, der Schuss, der war nice. Er hat mir Damage gemacht. Jetzt wirst du be... Schk. Nicht gekotzen. Er hat seine genaue Flugbahn gehabt, aber nein. Das nehmen wir. Wieder erst, Reich. Dann kommen die Granate. Hängen. Dumm. Das war die Mutter Granate. Ja, ich habe es gekriegt. Ja. Das erste von dreien, die wir heute entflohen sind. Ah, da war noch eins. Da ist noch eins. Junge, ich helfe dir vielleicht noch einmal. Oder gar nicht. Okay, gar nicht. habe ich noch mal. Ich habe ihn geschlagen. Okay. Doch nicht. Ich bin gut in dem Spiel. Bouncy Paul, das geht so schief. Nein, geh nicht außerhalb. Nein, wieso? Das war so knapp. Aber jetzt haben wir bestimmt meine letzten 10 Sekunden geschlagen. Bitte. Bitte, lass mich noch leben. Bis wir dich getötet haben. Getotet. Oh nein. Und ich kann immer noch nicht treffen. Bumm. Wahrscheinlich geht es jetzt außerhalb. Oh baby, a triple. Nein, es geht einfach außerhalb. Ich kann nicht treffen. Und wenn ich jetzt noch überleben würde, nehme ich das da. Glück gehabt, dass es irgendwie ein Four Bones wurde, wie die sich nennen. Treff bitte einfach. Wir sind gleich bei Runde 40. Ich hab getroffen. Und eingesammelt. Ich hab zwei HP. Wir haben die gerade mal 100 Damage abgezogen. Power. Du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. 889 HP. Wieso kann der so perfekt treffen? 1089 HP. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020